Ich habe damals, das war vor knapp zweieinhalb Jahren, habe ich damals aufgefallen, zweimal mit dem Alkohol, einmal mit dem Schwarzfahren. Da habe ich fast einen Unfall gebaut, mit jemandem aus dem Gegenverkehr. Und er hat das gemerkt, da war die Schlange, da hat er die Polizei angerufen. Und da hat er quasi meine Ergebnisse gegeben, da habe ich 1,430 Promille im Blut gehabt. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sedura, deiner MPU-Online-Vorbereitung. Heute haben wir den Niki hier, einen unserer Teilnehmer, der möchte gerne über seine Geschichte mit uns sprechen. Hallo Niki. Hallo. Bist du gut hierher gekommen? Ja, bin ich schon gut gekommen. Sehr schön, wo kommst du genau her? Ich komme aus dem Gießen, das ist schon von hier 230 Kilometer, habe ich euch leicht gefunden, genau. Sehr schön, also du hattest eine gute Fahrt, ja? Okay, dann reden wir einmal darüber, womit bist du denn damals aufgefallen, wann war das Ganze? Ich habe damals, das war knapp zweieinhalb Jahre, habe ich damals aufgefallen, zweimal mit dem Alkohol, einmal mit dem Schwarzfahren. Quasi. Mein erster Trunkhals war eigentlich ein bisschen Blut. Ich habe mit dem Kollegen bei mir daheim gefeiert. Ich wollte immer daheim zu fahren. Und dann bin ich auf meine Polizeikontrolle gerettet. Und da hat er quasi meine Ergebnisse gegeben. Da habe ich 1,34 Promille im Blut gehabt. Und dann wurde ihm zu Anfang gesagt, dann kann ich mit meinem Führerschein ein bisschen Waren zuwiderbekommen, weil ich bin in Probezeit quasi ein Neuerfahrer. Und das war mir erst mal zu Anfang, war mir nicht so dramatisch, weil ich habe irgendwo gedacht, das wird sich von alleine geregelt. Und das nach den paar Monaten, nach zwei Monaten ist wieder ein dummer Fehler von mir gekommen. Dann bin ich nächstes Mal mit dem 1,480 Promille wieder eingefahren. Damals habe ich fast einen Unfall gebaut, mit dem jemand aus dem Gegenverkehr. Und der hat das gemerkt, dann fahre ich die Schlange und dann hat die Polizei angerufen. Und dann nach ein paar Kilometern hat mich die Polizei angehalten. Und natürlich wollte ich mein Blut abnehmen. Und dann haben sie gecheckt, dann habe ich 1,85 Promille im Blut. Und dann haben sie gesagt, jetzt quasi noch einmal mit dem Alkohol fahren oder im Knast oder mit dem Leben zu sagen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich auf mit dem Alkohol. Dann habe ich nicht ein, zwei Wochen Alkohol getrunken, aber auch da bin ich ohne den Führerschein weitergefahren, weil ich war einfach beruflich drauf gewesen. Und ich wollte einfach nicht jemand sagen, da habe ich meinen Führerschein verloren. Bis einmal war ich mit meinem Kumpel bei der Zulassungsstelle, der Führerscheinstelle. Er wollte seinen Führerschein umschreiben lassen. Dann bin ich mit ihm hingefahren und habe mit dem Damen gesprochen. Und ich habe ihn nachher aus dem Fenster gesehen. Ich sitze auf der Fahrradseite und er hat meine Daten überprüfen. Dann habe ich meinen Führerschein abgegeben bei der Polizei. Und dann hat die Polizei angerufen. Nach einer halben Stunde war die Polizei bei mir daheim. Hat er geguckt und gefragt, bin ich Auto gefahren. Habe ich gesagt, ja, warum ist das, was passiert. Dann habe ich eine Einzeige bekommen als Schwarzfahrer, weil ich habe keinen Führerschein gehabt. Und da geht das alles los. Genau, dann quasi wurde mir gesagt, da muss ich eine NPU machen. Dann habe ich jetzt mal auf dem Internet geschaut, was bedeutet überhaupt eine NPU in Deutschland. Und dann habe ich gesehen, das ist eine schöne Menge Arbeit. Und dann habe ich durch die ganze Situation, habe ich die Versuche, NPU vorbereiten, finden und alles. Und das hat ja wirklich nichts mehr bei mir mitgebracht. Als Cannabis-Patient endlich wieder sorgenfrei Auto fahren? Mit Sedura kein Problem. Wir helfen dir mit den nötigen Unterlagen und machen es möglich. Okay, das heißt, du bist zweimal mit Alkohol aufgefallen und dann auch nochmal mit Fahren ohne Fahrerlaubnis. Genau. Dann möchte ich einmal kurz dein Gutachten durchgehen. Den Untersuchungstag hattest du am 21.11.2023. Die Auffälligkeit war im Jahr 2021. Genau. Okay. Auf der dritten Seite können wir dann hier einmal schön sehen, da haben wir die Fahrten. Das war einmal im Juli und dann nochmal im September. Genau. Und dann ist dein Führerschein im Januar 2022 sichergestellt worden. Genau. Das war das dritte Mal, wo bin ich ohne Verschenke gefahren. Das haben sie festgestellt nach dem Gericht. Ah, okay. Das, was du gerade erzählt hattest. Genau. So, auf der Seite 9 können wir dann sehen, dass du das Teilnahmezertifikat von uns vorgelegt hast. Genau. Dass du bei uns die Vorbereitung absolviert hast, was ja auch sehr schön geklappt hat. Genau. Und auf der letzten Seite ist dann zu sehen, dass du wieder in der Lage bist, ein Kraftfahrzeug zu führen und den Alkoholkonsum und das Führen eines Kraftfahrzeugs trennen kannst. Genau. Auch, dass keine Beeinträchtigungen vorliegen durch einen übermäßigen Alkoholkonsum. Ich wünsche dir nochmal herzlichen Glückwunsch. Super, vielen Dank. Ja, hast du ja auch selber Gas gegeben dafür. Genau. So, wie lange hat das denn gedauert, als du dann dein Delikt hattest und dann die Nachricht von der Führerscheinstelle bekommen hast, dass du jetzt zur MPU gehen müsstest? Das hat knapp acht oder neun Monate gedauert. Weil durch damals meine Geschichte habe ich erstmal eine falsche Antwort, äh, eine Anwalt gehabt. Er hat mir gar nichts gesagt, da muss ich den MPU machen oder sowas und ich wusste nicht, wie lange das dauert. Bis einmal in die, mein Briefkasten war, der Post von der Führerscheinstelle, da brauchst du eine MPU machen, wenn ich meinen Führerschein zurückhaben möchte. Was ist da so in deinem Kopf vorgegangen, als du gesehen hast, okay, ich muss jetzt eine MPU machen? Das war einmal eine schwierige Zeit damals für mich, weil genau die ganze Geschichte mit dem MPU und das mit meiner nicht so guten Deutschheit, habe ich wirklich Angst gehabt. Schaffe ich das überhaupt? Und aus dem Gespräch von anderen Leuten, sie haben das immer gesagt, dass die MPU etwas Schlimmeres ist und das kann man nicht auf das erste Mal bestanden und alles. Das war sehr anstrengend erstmal für mich in meinem Kopf. Wusstest du denn, wie der ganze MPU-Prozess funktioniert? Nee, ich wusste das nicht überhaupt, wie das alles funktioniert. Ich habe nur das gehört, dass es immer schlimm ist, ist das genau. Hast du denn, bevor du uns gefunden hast, schon mal eine andere Vorbereitung besucht? Nee, habe ich nicht. Das Problem war bei mir, dass meine Arbeitszeit nicht fest ist. Und dann habe ich überall nachgefragt. Und die haben immer Festzeit, wo muss ich zum Unterricht gehen. Und das hat mir wirklich nicht immer geklappt. Und dann habe ich nicht vorher euch gefunden, habe ich nie jemanden gehabt. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Bei euch habe ich gefunden durch eine Facebook-Werbung, von eurer Werbung. Aber damals war ich noch sehr skeptisch. Da habe ich erstmal die ganzen Videos auf YouTube, was kann man sehen, habe ich geguckt. Da habe ich mir einfach geschrieben, komm, wir gehen das probieren. Wenn das klappt, dann wäre das noch gut. Ja, sehr schön. Hättest du denn gedacht, dass das Ganze online überhaupt funktioniert? Nee, wie gesagt, ich war sehr, sehr skeptisch. Durch die ganze heutige Tage Online-Sache gehe ich nicht so einfach gut mit der ganzen Online-Sache. Und da war ich sehr, sehr skeptisch. Genau. Und dann funktioniert überhaupt das alles. Aber hat ja zum Glück funktioniert. Sehr schön. Denkst du denn, du hättest das auch ohne eine Vorbereitung, die MPU so bestanden? Nee, niemals. Ich habe auch viele Kollegen, die haben gesagt, das braucht man nicht, dass nur die Abzocker, die ganze Vorbereitung, Sache, da wollen wir nur mein Geld haben. Aber heute Woche habe ich meinen Frühjahrschein nach so langer Zeit wieder zurück. Ohne Vorbereitung kann man, ich glaube nicht, einen MPU bestanden. Schwierig, ne? Genau. Dachtest du denn, dass du zwölf oder sogar vielleicht 15 Monate Abstinenz machen musstest? Und wie viel hast du tatsächlich vorgewiesen? Mir wurde gesagt, zu Anfang muss ich den zwölf Monate Abstinenz gemacht. Aber sie haben mir einfach geholfen. Ganz in meiner Vorbereitung und Geschichte mit euch. Dann bin ich danach gefragt, muss ich die wirklich zwölf Monate gemacht oder sechs? Dann haben sie gesagt, dann kann ich einfach mit dem sechs Monate Abstinenz durchgehen. Genau. Ja, sehr schön. Wobei hat Sedura dir denn so am meisten beigeholfen? Die haben überall. Da sagt man einfach, dass überall von Anfang, das ganze Gespräch mit ihrem Kollegen, das war wunderschön. Da habe ich direkt vertraut gehabt. Dann, dass wirklich, kann man das klappen, das Euland. Und noch damals, weiss ich noch, wo habe ich mich angemeldet, das erste Gespräch. Hat er, ich glaube schon zwei Stunden gedauert, habe ich von mir Rückruf gehabt. Und da habe ich gesagt, das muss ja klappen. Zwölf Monate warten, bis du deinen Führerschein wieder bekommst? Nicht mit Sedura. Wir helfen dir, ihn sofort zurückzukriegen, ohne Abstinenz. Trag dich jetzt zum Erstgespräch auf unserer Website ein. Das muss ja wirklich klappen, dass keine Logen oder sowas betrug. Das muss ja wirklich klappen. Und das hat ja wirklich geklappt. Was hat dir so persönlich am meisten gefallen? Zum Beispiel, ja, welche, was hat dir so im Programm am besten gefallen? Sagen wir mal so, im Programm hat mir alles gefallen. Die ganze Videosache, was kann ich gucken durch mein Trainingsprogramm und das alles. Dann bin ich nicht einfach mit der Zeit erfasst. Habe ich keine Festzeit, wie lange kann ich das gucken? Kann ich das nochmal gucken oder nochmal? Das hat mir wirklich gefallen. Natürlich auch, wenn die Frage habe ich, das ist auch eure Facebook-Gruppe. Dann bekommen ihr da auch sehr möglich die Frage zurückbeantwortet. Also sag mal so, das komplette Programm hat mir wirklich gefallen. Sehr schön. Also die freie Zeitanteilung fandest du quasi am besten. Genau, dann habe ich keine Probleme. Wenn zum Beispiel, habe ich heute keine Lust zu lernen oder zu Covid gucken, dann muss ich das nicht. Dann bin ich nicht einfach mit dem Zeitdruck. Natürlich, wenn ich meinen Führerschein wie schnell möglich hätte, zurückbekommen, dann habe ich auch Gas gegeben. Und da ist mit der Zeit, ich glaube, das ist wirklich sehr gut. Sehr schön. Was fandest du denn so am schwierigsten in diesem ganzen MPU-Prozess? Im ganzen Schwierigsten fand ich das einfach der MPU-Tag. Das ist genau die schwierigste Sache in dem MPU-Tag, weil dann sitzt man richtig unter Druck und unter Stress. Natürlich, das war bei mir so, genau. Ich war einfach mega aufgeregt und obwohl war ich gut vorbereitet, habe ich von mir schon ein Feedback bekommen. Daran bin ich gut vorbereitet, aber trotzdem war es ja anstrengend. Das ist die schwierige Sache bei der ganzen MPU. Aber ich finde, Aufregung ist in dem Fall immer ein gutes Zeichen. Und wenn man nicht aufgeregt ist, dann liegt einem auch nichts daran, oder? Genau. Wie war denn so das psychologische Gespräch? Wie ist das verlaufen? Hattest du da Schwierigkeiten? Und da bin ich an dem Tag meiner MPU in die Gebäude reingelaufen, bei dem Tief Thüringen. Und da bin ich, natürlich war ich mega aufgeregt, habe ich meine Reaktion gemacht. Es war zu Anfang positiv in Games, dann bin ich bei dem östlichen Zimmer reingegangen, hat die Blutdruck gemessen. Und da war sehr hoch und dann hat er gesagt, das würde heute nicht klappen bei mir, weil die denken, da habe ich was genommen oder sowas. Dann habe ich gesagt, nein, da bin ich nur aufgeregt. Und dann hat die Psychologin gehört und mit dem Psychologen habe ich wirklich gesprochen, als mit jemandem auf der Straße. Sie hat mir eine so leichte Frage gestellt. Sie wollte nur das wissen, was habe ich gemacht, warum habe ich das gemacht und mache ich das wieder. Ja, genau. Dann war nachher, nachher ist meine Aufgeregung irgendwo verschwunden. Und da war einfach eine ganz normale Routine, mit jemandem gesprochen über meine Delikte. Sehr schön. Es ist auch immer schön, wenn man einen Gutachter hat, der da wirklich menschlich drauf eingeht und einem da die Angst so ein bisschen nimmt vor dem Gespräch. Genau, genau. Sehr schön. Wie lange hast du denn auf dein Gutachten warten müssen nach der MPU? Nach meiner MPU muss ich knapp sieben Wochen warten. Das Einzige, was vielleicht hätte nicht so lange gedauert, das war bei mir dann zwischen neues Jahr und Weihnachten. Und deswegen habe ich natürlich auch durch Feiertage, natürlich, aber habe ich sieben Wochen gewartet. Da habe ich nur einmal nachgefragt bei dem TÜV, Thüringen, wann bekomme ich den und wenn das kann ich wissen und ist der positiv oder negativ. Die haben mir gesagt, das wurde mir geschickt in der nächsten Woche und die Leute wissen nicht, wie, was, wo oder wollen sie nicht sagen. Aber ich habe sieben Wochen bekommen. Ja, sehr schön. Wie war denn das Gefühl, als du dann das Gutachten aufgemacht hast und gesehen hast, dass du bestanden hast? Die Gefühllage war ein bisschen komisch, da durch ganz mein Programm, durch mein Deutsch, wo kann ich nicht so gut Deutsch lesen, habe ich jetzt mal durch mein Handy übersetzen. Und das hatte da drinnen gestanden, da habe ich mein MPU bestanden, quasi mein Gutachten positiv ist das. Und da war ich mir immer noch nicht sicher, da habe ich noch lieber fotografiert und auf eure Gruppe auf Facebook gestellt. Mit den Fragen, habe ich das bestanden oder nicht. Und dann nach ein paar Minuten ist die Frage gekommen, da habe ich mein MPU bestanden. Ja, sehr schön. Was hast du denn jetzt aus der ganzen MPU-Sache für dich und für dein Leben gelernt? Ich habe mit der ganzen Geschichte gelernt, dass man wirklich, was man heutzutage für einen Frühjahrschein ist, eine richtige Sache zu haben. Und dann kann man nicht, da habe ich damals auch, da habe ich damals Fehler gemacht, wo habe ich mit dem Alkohol Auto gefahren und auch ohne Förderschein Auto zu fahren, dass das einfach nicht so eine schöne Sache ist. Dann kann man da wirklich einige Leben kaputt machen, auch Leben von anderen Menschen. Das war, habe ich das gelernt, dann muss man einfach auf die Regeln halten. Genau, auf die Verkehrsregeln. Sehr schön. Würdest du uns denn weiterempfehlen? Immer. Immer. Und immer weiter. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Niki, für das nette Gespräch. Danke, dass du so aufschlussreiche Informationen geliefert hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch euch zur Einladung. Dankeschön. So, wenn auch du deine MPU ohne Abstinenz oder mit einem kürzeren Abstinenzzeitraum bestehen willst, dann trag dich doch einfach bei uns ein. Den Link findest du hier unter dem Video. Deine Isabel von Sedura. Ich würde tatsächlich jedem Sedura empfehlen, der eine MPU machen muss. Einfach aus dem Grund, weil es so viele schwarze Schafe auf dem Markt gibt. Wir haben, oder ich telefoniere ja täglich mit mehreren Leuten tatsächlich. Und ich höre halt einfach, wie die einfach in das Licht geführt werden. Es gibt so viele versteckte Kosten auch, wo die Leute denken, oh super, machen was 18 Stunden, werden danach 35 Stunden gemacht. Das ist alles einfach, da machen sich einfach die anderen MPU-Berater das Leiden der Leute, die einen Führerschein verloren haben, halt zugute. Ja, finde ich halt nicht super. Und deshalb natürlich ein bisschen gesunde Skepsis gehört immer dazu, gerade auch im Online-Bereich. Aber Sedura ist wirklich eine seriöse Sache und ich muss sagen, super top. Vielen Dank an Sedura.